Irgendwie geht's immer weiter. Was? Das Leben als Teenager ist eine ständige Herausforderung. Ich wette, du küsst wie ein Neunjähriger. Malcolm mittendrin. Morgen in ORF1. Ich bleibe cool, es passiert nichts. Ich habe einen Kopf geschlagen. Wieso? Er hat mir gesagt, ihr beide hättet eine Affäre. Ich habe diesen Kerl da bloß ein Zahn ausgeschlagen. Los, los, los. Von Mäusen und Menschen. Morgen, 20.15 Uhr ORF1. Düringer Sporttief. Der Manebach ist wie ein Kohl ohne Koniak. Superbolig. Aha, Arnold Oral. Und nach 14 Tagen, bumm, zack, wuff, zack, wuff. Kommen wir auf einmal die Geschwüre, ne? Morgen, 22.20 Uhr ORF1. Hut ab! Und jetzt aufgepasst. Gnadenlos, die Wissenslücken der Promis. Zähler setzen. Nein, danke für's. Hoffnungslos. Und wie sie es trotzdem schaffen. Ich versuche mit den mir zur Verfügung ständigen Möglichkeiten, das Maximale herauszuholen. Nie mehr Schule. Alle richtig. Freitag, 21.15 Uhr ORF1. Star-Besetzung in der Wiener Stadthalle. Die besten Spieler der Welt vom 7. bis zum 15. Oktober bei der BACA Tennis Trophy. Mit dem ORF Sport sind sie immer am Ball. Ab 10. Oktober im ORF. Die BACA Tennis Trophy präsentiert von Bank Austria Kreditanstalt. Die Spiele der 38. Toto-Runde kommen aus Österreich und Deutschland. Spiel 4 lautet Rapid gegen Wacker Tirol. Nach dem 2-2-Unentschieden in Innsbruck letzten Samstag zählt für die Hütteldorfer diesmal nur der volle Erfolg. Der ORF-Tipp-Vorschlag. Tipp 1. Ausführliche Informationen über alle weiteren Spiele finden Sie in der Toto-Vorschau in Ihrer Annahmestelle, im Internet und im ORF-Text auf Seite 721. Annahmeschluss ist am Samstag, 23. September um 15.20 Uhr. Annahmeschluss ist am Samstag, 23.20 Uhr. Von Triglitzer reden. Wir begrüßen Sie ganz herzlich bei Lotto 6 aus 45. Glücksprechte und Kugeln sind überprüft und die 45. Ja! Herzlichen Glückwunsch. Win Today. Das Glück ist, wo Sie sind. Maltesers. Die leichte Art, Schokolade zu genießen. Jetzt neu im Kühlregal. Der coole Ovo-Drink. Achtung! Jetzt kommt eine Tiefpreisdurchsage. Diese Woche gibt es bei KICK sexy Push-Up BHs. In verschiedenen Styles für je nur 2,99 Euro. Oder Mini-Baby-Strampler. Mit praktischer Knöpfung. Kleidung clever kaufen bei KICK. KICK, der Textildiskant. Melting the Ice Mex Ice-Touch Woman. The new fragrance. Melting the Ice Pickel und erweiterte Poren entstehen durch eine Störung der Zellstruktur in der Oberhaut. Normaderm, die Feuchtigkeitspflege gegen Hautunreinheiten, verbessert die Zellstruktur für ein gleichmäßiges Hautbild in 4 Wochen. Normaderm von Vichy, weil Gesundheit auch Hautsache ist. Jetzt neu. Für befreite und verfeinerte Poren auch während der Nacht. Normaderm, Nacht. Jetzt neu. E-Motion Marula. Die Quelle der Leidenschaft. Römerquelle belebt die Sinne. Diesen Freitag mehr als 45 Millionen Euro gewinnen. Euro-Millionen jetzt in ihrer Annahmestelle. Transport aus der Hölle. Veranhalter unterm Bus. So kommt man auch aus dem Gefängnis raus. Mit rätselhaften Passagieren. Ein Fluchtversuch war das nicht. Sie ist ermordet worden. Und tödliche Roboter. CSI wieder zweimal den Tätern auf der Spur. Wir haben hier eine ganze Halle voller Verdächtiger. Heute, 20.15 Uhr ORF1. Ein Match gegen den eigenen Mörder? Ich habe ein Spiel verloren. Deswegen töte ich doch keinen Menschen. Jemand soll sie zusammen mit ihr weggeben. Spiel, Satz, Tod. Sie riefen sie in der Nacht an. Cold Case 21.55 Uhr ORF1. Was machen die größten Stars eigentlich am Wochenende? Kannst du mir helfen? Kannst du mir verraten? Was auf Zweifel hier abläuft? Warum sind wir alle auf diesem riesigen blauen Planeten, den wir Erde nennen? Ganz einfach. Ihr seid die Besten. Und sie geben ihr Bestes. Am Samstag, Joe Jedermann. Und Premiere für Keine Halben Sachen 2. Und am Sonntag, Oceans 11. Ihr Kino Weekend in ORF1.